Sie hören Götterfrost – Die Steine der Götter 3 Geschrieben von Julian Kappler Gelesen von Max Hoffmann Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin Kapitel 1 Jahr des Kaisers 987 Siebter Tag im 10. Mondzyklus Borburg, die Hauptstadt des Königreichs Nowalten Nachdenklich schlenderte der junge Surlachsgeweihte durch die engen Gassen des Marktes der Königsstadt Borburg Er war noch dabei, sich an seinen neuen Namen, Valentin und an seine neue Berufung als Novize des listigen Gottes zu gewöhnen Noch vor wenigen Monaten war er der Sandfuchs gewesen der erfolgreichste Meisterdieb der Wüstenstadt Xemal Aber die Pfade der Götter waren manchmal unergründlich Valentin genoss das rege Treiben auf dem Markt Die Bauern versuchten den besten Preis für ihre herbstliche Ernte zu erzielen während die Kaufleute danach trachteten, ihre Speicher vor dem drohend langen Winter bis zum Rand zu füllen Wer Eisenerz, Barren oder gar Rüstungen und Waffenfall zu bieten hatte machte das Geschäft seines Lebens Zumeist trat die Kaiserliche Nordarmee als zahlungskräftiger Käufer auf Allerdings fühlten auch einige etwas zwielichtiger aussehende Händler ihre Karren mit Waffen, Rüstzeug und Vorräten Valentin konnte nur mutmaßen, ob diese Gestalten an Söldnertruppen verkaufen wollten oder vielleicht sogar planten, ihre Wagen nach Norden zu schmuggeln um dort mit dem Feindhandel zu treiben Das Geschick, mit dem eine Bande von kaum zehnjährigen Taschendieben einen übergewichtigen Händler bestahl Der Mann trug tatsächlich goldfarbene Schuhe zauberte ein Lächeln der Anerkennung auf Valentins Lippen Einzig und allein die Luftqualität in der Königsstadt war geeignet seine Laune etwas zu trüben Aufgrund der ungewöhnlich kalten Herbsttage wurden die Kamine der Häuser und Hütten bereits kräftig befeuert Der dicke Qualm aus den zahlreichen Schmiedeöfen der Stadt welche Tag und Nacht liefen, tat sein Übriges Die Dörfer im Umland konnten einen sonnigen Herbsttag genießen Burburg nicht Die Kirche des listigen Wiesels hatte ihn in wichtiger Mission nach Burburg geschickt Weitere Details waren Valentin leider nicht verraten worden Er wusste nur, dass ein nicht näher genannter Informant ihn schon finden und näher instruieren würde Tatsächlich konnte sich der ehemalige Meisterdieb überhaupt nicht ausmalen was die Kirche mit ihm, dem frisch gebackenen Novizen vorhatte Daher schlenderte er über den zentralen Markt und sog die verschiedenen Eindrücke voller Neugier in sich auf An einem Stand mit köstlich duftenden Äpfeln für nur zwei Kupferlinge das Stück hielt er an und entschied sich für fünf besonders saftige rote Früchter Als er nach dem Beutel mit Silbermünzen an seinem Gürtel griff verfluchte Valentin seine Nachlässigkeit Man hatte ihn bestohlen Ein Fauxpas, welcher dem Meisterdieb Sandfuchs sicher nicht passiert wäre Der Beutel hing zwar noch an seinem Gürtel, aber er war leer Oder nur nahezu leer Scheinbar hatte der Dieb eine kleine Schriftrolle hinterlassen Ohne sich das Missgeschick anmerken zu lassen holte Valentin mit geschickten Fingern eine Goldmünze aus seiner versteckten Tasche an der Innenseite seines Hemdes und bezahlte damit die Äpfel Die neuen silbernen Münzen Wechselgeld ließe in den dafür vorgesehenen Beutel gleiten und stellte bei der Gelegenheit fest, dass man ihm tatsächlich eine Nachricht in Form einer kleinen Pergamentrolle hinterlassen hatte Ohne großes Federlesen schlug er den Weg zu einer nahegelegenen Schankwirtschaft ein um die geheimnisvolle Nachricht dort in aller Ruhe zu studieren Mein lieber alter Freund Ich habe einen Auftrag für dich, der von höchster Wichtigkeit für unsere Kirche ist Ganz nach deinem Geschmack ist es ein Spiel mit doppeltem Boden Eine Gruppe von zwölf Personen wird in das ewige Eis des Nordens reisen um dort einen Edelstein zu bergen, welcher der Göttin Istaria geweiht ist und eines der zehn Bruchstücke des legendären Chromsäbels der Götter enthält Man wird dir mehr darüber erzählen Da es Personen gibt, die verhindern möchten, dass dieser Stein in den Tempel zum brennenden Stahl in Burburg gelangt wird die Gruppe sich tarnen Die zwölf Reisenden werden sich als Pelzhändler und Jäger ausgeben welche in den Norden reisen, um im Auftrag eines äußerst reichen Adligen den Pelz des extrem seltenen schwarzen Eisbären zu beschaffen sei es durch Handel oder Jagd Hier kommst du ins Spiel Du bist ein erfahrener und weit gereister Pelzhändler Alle notwendigen Schreiben liegen der Händlergilde vor Du reist also mit der Gruppe, um die Tarnung zu perfektionieren Soweit der offizielle Auftrag, der auch allen anderen elf Reisenden bekannt sein wird Meine Aufträge an dich sind noch etwas spezieller Erstens, sorge dafür, dass die Mission der Gruppe ein Erfolg wird Das hat allerhöchste Priorität Zweitens Drei Personen in dieser Gruppe, die dir zufällig schon bekannt sind, sind besonders Gero, kräftiger Schmied und geschickter Krieger zugleich Derio, ein fähiger Magier und ein furchtloser Kämpfer Esme, eine tapfere Kriegerin und letzter lebender Nachkomme des berühmten Bernhelm Ehrwald Es scheint so, dass über diese drei in alten Prophezeiungen geschrieben wurde dass sie vielleicht sogar das Schicksal Solandiens wenden werden Freunde dich weiter mit diesen drei Personen an und sammle möglichst viele nützliche Informationen über sie Drittens Sorge dafür, dass die drei lebendig von dieser Mission zurückkehren mit allen der zur Verfügung stehenden Mitteln Viertens Dunkle Schwarzmagier und mächtige Dämonen sind gegen uns Sorge dafür, dass sich das Schicksal im Sinne der zehn Götter, insbesondere des listigen Wiesels, wendet Finde dich heute Mittag in der Gaststätte ein, in der wir vor vier Jahren die leckere Erbsensuppe gegessen haben Dort triffst du deine Mitreisenden Sei doch so gut und vernichte diesen Brief sofort Möge Solax mit dir sein Du weißt wer Offensichtlich hatte der alte Solaxpriester Ein gemeinsamer Freund von Valentin und Hohepriester Merten Es geschafft, ihm unbemerkt diese Nachricht zuzustecken Ganz nebenbei Hatte der alte Kindskopf ihn um seine Silbermünzen erleichtert Schnell und unauffällig schritt Valentin am Kaminfeuer der kleinen Schankwirtschaft vorbei Um den Brief dem Hunger der Flammen zu überlassen Das kommende Abenteuer und das Wiedersehen mit den drei Gefährten klang vielversprechend Insbesondere freute sich Valentin darauf, die bildhübsche Kriegerin namens Esme wiederzutreffen Schließlich sprach kein Gebot der Solaxkirche dagegen, dass ein geweihter das Herz einer schönen Frau erobern wollte Valentin verfluchte sich, als die Tempelglocken die elfte Vormittagsstunde ankündigten Das Dorf, in dem sich der besagte Gasthof befand, lag mindestens eine Stunde zu Pferde nördlich der Königsstadt Und sein Pferd war zu allem Überfluss in den Stallungen am Südtor untergebracht Der Solaxnovize würde wohl oder übel mit einer gewissen Verspätung zum vereinbarten Mittagessen erscheinen Jahr des Kaisers 987 Siebter Tag im Zehnten Mondzyklus Im Süden des Königreichs Lugerland Der halbgöttliche Kaiser ruft alle Männer, Frauen, Jungen und Mädchen im kampffähigen Alter dazu auf, sich der Nordarmee anzuschließen Die Mächte des Bösen sind stark, aber die Anhänger der Zehen sind stärker, wenn sie Seite an Seite auf das Schlachtfeld treten Das Kaiserliche Heer bietet euch die einzigartige Chance An der Seite von legendären Helden wie Gero Grünfels, Dereo Blitz und Esme von Lendaya gegen die widerlichen Dieners Zaros zu kämpfen Meldet euch noch heute und sammelt so Ruhm und Ehre für die vier Königreiche, den Halbgöttlichen und die Zehen Auch wenn Alanda ihre Entscheidung längst gefällt hatte, so hatte sie gehofft, dass dieser Text, welcher zur Zeit in allen größeren Dörfern verteilt wurde, mehr Anklang bei ihrem Vater finden würde Aronos knüllte das Pergament jedoch nur missmutig zusammen und warf es in die Ecke der heimeligen Wohnstube Meine Antwort ist Nein! Bei aller Liebe, Vater, ich habe dich nicht um deine Erlaubnis gefragt, entgegnete die junge Bauerstochter trotzig Ist es wegen diesem gutaussehenden schwarzhaarigen Krieger, diesem Gero Grünfels? fragte ihre Mutter mit etwas mehr Verständnis in der Stimme Nein, also vielleicht, Alanda spürte, wie ihre Wangen unangenehm rot wurden Jedenfalls tut das eigentlich nichts zur Sache Es ist ein Aufruf des halbgöttlichen Kaisers und ich werde ihm folgen In einer Woche bin ich nach dem kaiserlichen Gesetz volljährig und kann solche Entscheidungen alleine fällen In einer Woche, jetzt noch nicht Der alte Bauer brummte verärgert Und bitte, als wäre es ein Aufruf des halb den Kaisers-Normen Ich werde ihn dann in der Woche mit einer Woche verärgert Jetzt können wir ihn genauer Träne alle Wangen Kaisers-Normen Vielen Dank.